Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Outlast. Im letzten Teil haben wir ganz verzweifelt versucht diesen Stromgenerator im Keller zu aktivieren, was ja nicht so ganz geklappt hat. Und da ich nach dem letzten Teil bzw. nach der letzten Folge die Aufnahme gestoppt habe bzw. Outlast beendet habe, gehe ich jetzt fast davon aus, dass wir wieder von vorne anfangen dürfen. Das ist ein bisschen behämmert bei Outlast, weil der hat einen automatischen Speicher und ignoriert komplett den Speicher vom Speichern und Beenden. Ja, wir sind wieder am Anfang. Okay, also er scheint noch nicht zu kommen. Dann versuchen wir jetzt mal unser Glück. Oh, das war die Die Tür schließen wir mal. Ja, wir stecken. Und das mit dem Gas hin. Das ist natürlich so diese Sache für sich. Wo sind diese Gastanks? Da verstecken wir uns nur. Also wir aktivieren jetzt erstmal den Generator hier. Gehen langsam auf die Tür zu? Hä? Wir verstecken uns gerade mal. Aber eigentlich... ...wissen wir ja. Ah, jetzt kommt er. Da ist er. Da kommt Schweinebacke. Oder eben Specky. Ich weiß gar nicht, wer da kommt. Ne, das ist Schweinebacke. Und leise. Achso, wir machen die Kämmer raus. Oh, ganz leise. Nichts sagen. Ist er jetzt raus? Ist er jetzt gegangen oder nicht? Doch, er ist weg. Okay. Bisschen aufpassen. Nein! Scheiße! Der ist da noch. Und der kommt rein. Nein! Hoffentlich hat er uns nicht gesehen. Wieso kommt der nochmal rein? Der hält sich nicht an die Spielregeln. Och, och. Ja, ob er jetzt wohl rausgehen kann. Spannende Musik. Jetzt ist er weg. Okay. Einmal rumgucken. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, weil... Er könnte hier überall sein. Ach, das hier hatte ich in der letzten Aufnahme vergessen. Hier war ich nämlich gar nicht. Aber hier gibt es auch keinen Schrank, in dem wir uns verstecken können. Scheiß die Wand an. Okay. Nein, hier ist nix. Okay, dann müssen wir jetzt... Drückt uns die Daumen und laufen! Laufen! Lauf, 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 lauf! Auf, du Arsch! Geschafft! Da kommt er! Da war er, hab da gesehen. Hab da gesehen, da war er. Jetzt hab ich natürlich in dem einen Raum gar nicht geguckt, ob da noch ne... Dim, dim, dim. Na, wie heißt denn der Mist da? Ob da noch eine Batterie war? Das ist schlecht. Aber egal, jetzt... Haben wir zumindest die zwei Generatoren schon mal an. Batterie nachladen. Okay, und weiter geht's. Unser Freund ist weg, jetzt müssen wir... Jetzt müssen wir noch auf die linke Seite. Ups. Lauf, 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 lauf. Scheiße, er ist hinter uns. Er ist hinter uns. Scheiße. Okay, okay, okay. Wir müssen ja nur diesen einen Generator aktivieren. Mehr müssen wir gar nicht. Ähm. Scheiße! Verschwinde! Fuck! Okay, okay, wir gehen erstmal wieder zurück. Und verstecken uns. Oh, geschafft. Perfekt. Suppi. Und... Scheiße, der steht da an dem verdammten Generator. Hä? Scheiße, 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 scheiße. Eigentlich müssen wir das hinbekommen damit... So, jetzt ist er weg. Oh, nein. Da kommt er, da ist er schon. Scheiße, und ich lauf wieder in den schwarzen Raum. Ah! Scheiße, ah, Mann. Also dran denken, wir müssen auf die rechte Seite entlang. Oh, spring doch! Ist er da noch? Nope. Und nochmal. Achso, erstmal Batterienwechsel. Auf, auf! Mit Gebrüll. Der hält sich da immer in diesem scheiß Raum auf. Was habe ich jetzt gesagt? Rechts müssen wir lang, ne? Da ist er wieder. Habe ich gesagt, rechts... Nein, links müssen wir... Ja, Mann. Hä? Was mache ich denn jetzt hier? Ne, falsch. Jetzt habe ich mich hier voll verlaufen. Verdammte Kacke. Irgendwo war doch dieser... Komm, dreh dich um. Irgendwo... Ah, da haben wir schon mal eine Batterie. Das ist schon mal ganz schön. Das ist schon mal perfekt. Scheiße, ey. So kriegen wir das ja nie geschissen. Gut, wir haben zumindest schon mal eine Batterie gefunden. Perfekt. Gut... Okay. Oh, das ist es. Ah. So, kleine Gedenkpause. War ich in AFK? Nein, niemals. Doch nicht während einer Aufnahme. Um Gottes Willen. Wir schaffen das schon. Nein! Oh Mann, ey. Schönes Schrotgewehr. Schädel weg, ballern, fertig. Habe ich mal in Ruhe. Jetzt können wir hier natürlich noch ein bisschen warten. Steht er da oben wieder. Hat er uns gesehen? Nein. Wo geht diese Wurst entlang? Der geht in den Raum rein. Jetzt spring doch. Geht er in den Raum oder geht er nicht in den Raum? Hier müssen wir drüber. Ne, hier nicht. Electric Room. Hier war das. Aber wo ist dieser Blöde? Da ist er. So, jetzt müssen wir einfach nur schnell flüchten. Ah, die Batterien immer noch mit. Wo ist er? Und uns verpissen. Da dürfte er auch gleich schon kommen. Da ist er schon. Lauf, 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 lauf. Lauf. Ah, jetzt schaffen wir es diesmal. Jetzt schaffen wir es. Super. Nur nicht verlaufen, nicht stolpern. Und dann haben wir es gleich geschafft. Jetzt müssen wir nur noch den Mittelgenerator starten. Super. Bär. Besser als man denkt. Was liegt hier eigentlich so rum. Notizzettel. So, dann hoffen wir mal, dass unser Kumpel jetzt auch irgendwo anders lang ist. Nein. F. Ähm, geschafft Ich hab nichts gesagt, weil ich das in Ruhe einmal machen wollte Und wo muss ich jetzt? Ist der Horst noch da? Oder ist er jetzt weg? Ich weiß nicht mal, wo wir lang müssen Oder müssen wir jetzt wieder nach oben? Da war doch links noch ein Durchgang, oder? Scheibenkleister Das Arscher ist noch da Hä, wo mussten wir denn jetzt lang? Oder? Wo bin ich jetzt denn? Achso, ja, hier Geh durch Oh, gut So, und ich glaube, wir müssen jetzt eigentlich nur wieder nach oben Glaub ich Wir versuchen es mal Ich weiß nicht mal, von wo wir gekommen sind Achso, von rechts rum Hä? Scheiße, wo müssen wir denn hier lang? Kann das da hinten nur links rum gewesen sein? Hier ist keine Tür Obwohl, hier fangen wir ja an Ich jump mal durch Ich jump mal durch Nein! Wieso kommt der denn immer, verdammte Hacke? Ach, von hier sind wir hergekommen So, leck mich am Arsch Du Rotte Hier ist auch wieder Licht Was? So, und theoretisch können wir jetzt fliehen Ne, können wir immer noch nicht Also, Generator haben wir gestartet Dann sind wir zumindest erst mal durch Gut, dann machen wir hier erst mal eine Aufnahmepause Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Bis dahin Macht's gut und haut rein Ciao!